Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich über den aktuellen Bitcoin-Hype sprechen und dir einen kleinen Ausblick aus meinen Erfahrungen geben und dir auch mitteilen, warum ich aktuell nicht in den jetzigen Bitcoin-Hype investieren würde und was du stattdessen machen kannst. Das ist nun eine Empfehlung aus meiner Erfahrung, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Du hast es wahrscheinlich mitbekommen, der Bitcoin ist momentan bei 40.000 Dollar, ungefähr 33.000 Euro. Aktuell stand dem 9.1. 2021 kann man den für 33.000 Euro kaufen oder ist tatsächlich über die 40.000 Dollar gekommen. Dieses Wachstum ist sehr ungesund, also was heißt, es ist extrem im Hype einfach und ich gehe stark davon aus, dass ab einem gewissen Zeitpunkt bald der Bitcoin wieder massiv einbrechen wird. Das ist nur eine Prognose aus der Erfahrung und deswegen würde ich die Empfehlung aussprechen, jetzt aktuell nicht in den Bitcoin zu investieren, weil er sehr mathematisch, aber auch wie man hier sieht, einfach ein so starkes Wachstum hat, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt an einem hohen Punkt kaust, wie zum Beispiel hier, wir können uns nämlich den Chart in der Vergangenheit gerne mal angucken, nach dem letzten richtig starken Hype, wo er von ungefähr 4.000 Dollar oder damals sogar noch 3.000 ungefähr, also der höchste Peak hier war fast 5.000, auf 20.000 gestiegen ist. Der ist jetzt 100% höher als beim letzten Crash und die Leute, die natürlich unten eingekauft haben, die haben richtig gute satte Profite mitgenommen, aber die Leute, die natürlich jetzt einkaufen, die werden auf sehr wahrscheinlich, also ich bin, es kann sein, dass er vielleicht sogar auf 50.000 noch geht, aber dieser Markt, und das ist so aus der Erfahrung heraus, und ich habe mich, also das erste Mal, nur um mal kurz ein bisschen meinen Background dazu zu schildern, das erste Mal, als ich Bitcoin gekauft habe, da war der noch unter 1.000 Dollar, also ich habe, wobei, naja gut, ich habe glaube ich für 900 Euro tatsächlich das erste Mal Bitcoin eingekauft, und habe jetzt auch meine Bestände zum aktuellen Preis, ja, ich glaube von, also bei 31.000 oder so habe ich jetzt vor ein paar Tagen verkauft. Ich habe allerdings auch in der Phase, ich habe mich sehr, sehr viel mit Kryptowährung beschäftigt, ich habe ja auch einige Videos dazu, in der Videobeschreibung kannst du mal einmal mein Video zu Blockchain, aber auch zum Thema Masternodes angucken, ich war auch auf vielen Kongressen, und habe mit vielen Leuten in dem Bereich gesprochen, und auch viel getradet, und würde aber aus der Erfahrung auch sagen, also damals, meine erste Erfahrung, die ich mitgemacht habe, ich hatte tatsächlich ziemlich viele Coins gekauft, in der Anfangsphase, und nicht im Hype hoch hier verkauft, damals, also ich habe damals, das war noch meine erste Erfahrung, ich bin ja auch noch nicht so ultra lange im, also 2017 habe ich damit angefangen, das heißt, verglichen mit anderen Leuten habe ich natürlich nicht die ultra Erfahrung gehabt, aber aus der Erfahrung, dass ich weiß, dass man ein Hype auch Gier entwickeln kann, und auch, ich habe nämlich auch in höheren Hype Zeiten eingekauft und dann auch nicht abgestoßen im Plus, aus diesen Erfahrungen, und was ich auch damals alles gelernt habe, ich habe nämlich sehr viele Geschichten um den letzten Hype nämlich mitbekommen, von bekannten Umfeld, Leuten, die anderen Menschen vertraut haben, und das sind alles so Storys, die gerade in der Hype-Phase passieren können, weil Menschen Gier entwickeln, oder Leute halt in den Markt einsteigen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, und denken so, wow, okay, das ist jetzt krass, weil, der Punkt ist halt, und deswegen würde ich nicht empfehlen, jetzt zu kaufen, der Punkt ist halt, wenn man sich die Schlagzeilen anguckt, das weiß ich so, das weiß man so ein bisschen aus Erfahrung, auch beim letzten Hype, sobald alle großen Magazine, das ist immer ein Tipp für die Zukunft, und danach werde ich auch mal sagen, was man alternativ machen kann, sobald alle großen Magazine, sogar die Tagesschau, Handelsblatt, also du gibst einfach nur Bitcoin ein, und überall wird darüber berichtet, sobald hin zu Kunst quasi darüber berichten, sobald alle darüber berichten, weiß man, dass der Hype so stark ist, dass es sich wahrscheinlich in eine andere Richtung entwickelt, das war beim letzten Mal auch so, und sobald Oma und Opa auch anfangen, zum Beispiel Bitcoins zu kaufen, weiß man eigentlich, der Hype ist so groß, dass es bald in eine andere Richtung gehen muss, ähm, die Frage ist natürlich, wie tief sinkt er, beim letzten Mal war es ja tatsächlich so, ähm, beim letzten Mal war es tatsächlich so, guck mal hier, na, wir müssen tatsächlich hier so ein bisschen gucken, der ist von 20.000 auf, ähm, nach längerer Zeit, ich glaube so auf 3.000 gesunken, das, ähm, ähm, es sind ungefähr 80% Einbruch, äh, das kann ähnlich sein, ähm, es gibt einen, das habe ich jetzt auch gerade erfahren, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen damit beschäftigt, ich habe in der Zwischenzeit, ähm, ich hatte tatsächlich nochmal bei, bei, bei ungefähr 4.000 gekauft und dann bei 8.000 verkauft, ich mache das jetzt immer so, dass ich 100% Gewinn mitnehme und dann, egal was ist, die Hälfte oder beziehungsweise so viel verkaufe, wie, wofür ich eingekauft habe, um dann im Sicheren mitzuspielen und was ich empfehlen kann, ist tatsächlich antizyklisch zu kaufen, das heißt, du, ähm, wenn, wenn man ungefähr weiß, also, das ist so ein krasser Anstieg, der mathematisch um 100% überreizt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er, dass er einbricht, einfach sehr groß, obwohl ich mich sehr wundere, dass er sich über 40.000 hält, ja, da wundere ich mich, okay, kann sein, dass er noch weiter steigt, aber ich glaube einfach nicht. Also nochmal zum, zum Markt, der Markt ist vergleichsweise mit dem Forex-Markt zum Beispiel sehr klein, ähm, das sind 766, ja, 766 Milliarden, das ist viel, das klingt auch viel, ähm, das ist viel Geld, allerdings, wenn nur mehrere Großinvestoren oder auch Banken, weil da sind ja auch Banken involviert und Großinvestoren, wenn einfach nur ein Konsortium davon, jetzt mal davon ausgeht, okay, wir haben jetzt, ähm, einen Punkt erreicht, wir haben unsere Stop Losses, das ist quasi eine, ähm, vorgeschaltete Order, wo man sagen kann, okay, ähm, zu dem Preis wollen wir verkaufen, wir haben zum Beispiel irgendwo unten, ähm, im Damm eingekauft bei 4.000 oder so, wir haben jetzt 1.000%, an dem man sich auch mal reinziehen, 1.000% Gewinn gemacht, ähm, ähm, dass wir, dass wir sagen, okay, wir verkaufen jetzt mal 70 Milliarden, so, äh, oder Bitcoin ist ein Wert von 70 Milliarden, das wäre ein Preiseinbruch von, von einer kleinen Menge Investoren, was möglich wäre, von gleich mal 10% und das ist halt richtig krass, aber wenn man sich das mal überlegt, dass theoretisch weniger Investoren noch so einen großen Einfluss auf den Markt haben können, das würde sofort einen gegensätzlichen Hype auslösen und sowas ist schon häufiger mal passiert und dadurch, dass es zum Beispiel, dass man auch Kontrakte, ähm, aufsetzen kann, ja, ihr könnt euch ja mal, ihr könnt euch ja mal informieren, man kann nämlich auf den Fall eines Bitcoins auch wetten, das heißt im Endeffekt, man kann einen Bitcoin shorten, so nennt man das und sowas kann man mit CFDs machen, man kann auf einem, ja, sogenannten Kontrakt, ähm, einen sogenannten Kontrakt of Difference, ähm, abschließen und darauf wetten, dass der Bitcoin fällt, sowas könnte zum, zum Beispiel auch passieren und ab einem gewissen Punkt, sobald, sobald da, sobald da fällt, daran können große Investoren oder allgemeine Investoren sehr viel Geld dran verdienen und dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Absturz natürlich auch sehr hoch, ähm, wenn das viele tun, ähm, dementsprechend würde ich das jetzt, würde ich jetzt halt nicht einkaufen, sondern vielleicht warten, bis der nächste Crash kommt und dann, ähm, kann man natürlich nicht so wirklich voraussagen, wann der beste Einstiegspunkt ist, da muss man sich vielleicht mal ein bisschen damit beschäftigen, ich kann das selber jetzt auch gerade nicht abschätzen, was ich allerdings weiß, ist, dass wahrscheinlich das Mining von Kryptowährungen sich aktuell unter 10.000, ähm, nicht mehr lohnt, ähm, weil es eine Teilung, ähm, ja, so ein Halfing gab, das heißt, das Bitcoin Mining lohnt sich erst bei einem Preis über 10.000, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er darüber, ähm, sich irgendwo einpendelt, ist hoch, kann, sobald er aber unter 10.000 fällt, sogar auch auf 0 fallen, glaube ich jetzt nicht, weil, weil sich so eine große Industrie darum gebildet hat mittlerweile und so viel Akzeptanz auch dafür da ist und so weiter und so fort, könnte aber auch sein, deswegen muss man da schon teilweise auch vorsichtig sein, aktuellen sich ein bisschen damit beschäftigen. Meine Intention oder zu sagen, ähm, ist auf jeden Fall, dass es nicht so sinnvoll ist, im jetzigen Hype einzukaufen, sondern zu warten, bis es eine Kurskorrektur gibt und dann sich zu überlegen und sich da ein bisschen mit zu beschäftigen, vielleicht auch nochmal ein paar Prognosen anzugucken, wann ein guter Wiedereinstieg wäre. Ähm, wenn du die Bitcoins kaufen willst, gibt es eine Plattform, die ich empfehlen kann und das ist bitcoin.de. Da kannst du, ähm, Euros einzahlen und die dann direkt kaufen, ähm, im Expresshandel und so weiter und so fort. Ich benutze nur diese Plattform, ähm, würde auch aus meiner Erfahrung, ich habe früher auch viele, äh, Alternativ-Coins, wie man die so nennt. Du kannst bei CoinMarketCap zum Beispiel Kryptowährungen, ähm, anschauen, welche Kryptowährungen es so gibt. Es gibt sehr viele verschiedene Kryptowährungen, es gibt über 1000 verschiedene, äh, Kryptowährungen, aber mittlerweile 8000 sehe ich hier gerade. Ähm, und, aber alles, also das meiste wird sowieso in Bitcoin gegengerechnet, dementsprechend macht das manchmal gar nicht so. Also man kann auch mit, mit dem Traden hin und her, ähm, Gewinne machen. Allerdings, ja, aus meiner Erfahrung, ähm, ist das so, so sehr zeitaufwendig und muss nicht unbedingt, äh, gut funktionieren. Also, aus meiner Erfahrung fährt man damit besser, sich einfach nur auf ein einziger zu fokussieren und, ähm, das zu nutzen. Man kann das auch anders machen. Ich habe es ausprobiert, aber es ist sehr zeitaufwendig und bringt manchmal nicht unbedingt den, also hat für mich zumindest nicht sehr gut funktioniert. Ähm, deswegen, wenn man dann das macht, dann am besten einfach nur den Bitcoin und, äh, dann hat man auch irgendwann mal Ruhe. Muss ich nicht mit tausend Sachen auseinandersetzen und, genau. Also, Empfehlung als Plattform zum Kaufen wäre Bitcoin.de oder, ähm, Coinbase zum Beispiel. Und, äh, das verlinke ich dir auch gerne in der Videobeschreibung. Wenn du dazu Fragen hast und Anmerkungen oder auch deine Einschätzungen dazu abgeben willst, dann tu das gerne. Ähm, würde mich freuen. Ich bin da sehr, sehr gespannt, was eure Meinung dazu ist. In diesem Sinne wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Ähm, schreib mal deine Prognose für den nächsten Fall rein. Das würde mich mal sehr interessieren, ähm, weil ich dann wahrscheinlich auch nochmal einsteigen würde, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich vielleicht nochmal über die 100.000 geht. Also, ich sag jetzt mal, vielleicht ist schon gegeben. Ähm, weil ich bin auch sehr erstaunt, dass er so schnell jetzt über 40.000 gekommen ist. Das ist krass. Ich glaube allerdings, dass er nochmal einen starken Break bekommen würde. In diesem Sinne wünsche ich dir schon mal sehr viel Erfolg. Ich hoffe, dieses Video konnte dir schon mal weiterhelfen. Und wir sehen, abonnier gerne die Glocke und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos.